Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tribute von Dragonia. Wir gehen drauf und mit dabei ist natürlich der Stormy, hallo. Hallo. Und wir nehmen jetzt gerade an einem ganz besonderen Tag auf, weil das der Tag, an dem auch das... Ich krieg jetzt Damage. Damage. Alles schaffst du. Halbes Herz verloren. Oh nein. An dem Tag war auch das Finale aufgenommen wird später, deswegen machen wir jetzt letzte Vorbereitungen. Also das müssen wir auf jeden Fall hier nochmal verbessern. Ich habe keine Blöcke dabei. Warte. Alter Stormy, komm zurück. Ich habe mir das gedacht. Hier ist irgendwas falsch. Guck mal, wie viel aufgebaute Erde hier steht. Ist das an unserer Team-Chess? Ja. Aber ist Team-Chess... Ist das wirklich was? Ich nehme erstmal unseren Amboss. Alter, das hätte eine Falle sein können, den Amboss abzubauen. Hier ist eine Höhle unter. Aber das sieht präpariert aus. Ist ja ekelhaft. Hi. Was habt ihr hier vor, Leute? Was habt ihr hier vor mit uns? Hier hat sich jemand ausgelockt, oder? Könnte gut sein. Das ist ein Rotary. Könnte gut sein. Aber hier ist auch ein Gang nach draußen. Oh, was ist denn hier? Zu halb. Alles klar, ne? Holy shit. Holy shit. Das geht ganz schön tief runter, hm? Ja. Alter. Direkt in eine Schlucht rein. Loi. Okay. Und jetzt? Ich will da tatsächlich jetzt einmal runter gehen. Okay. Einfach weil Gold. Ja, stimmt. Goldäpfel werden noch so ein paar Sachen, also sowas, das wir echt gut gebrauchen könnten. Und ja, wir werden jetzt einfach ein paar Vorbereitungen noch treffen. Gucken, ob noch irgendwelche anderen fallen, die irgendwie am Spawnen sind. Aber warum bei uns an der Team-Chess, Alter? Damit es auch auffälliger ist. Die wollen uns halt echt hart tot sehen, ey. Die wollen uns so tot sehen, Leute. Wir sind so aufgeregt. Also ich finde uns super aufgeregt. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wir nehmen halt später das Finale auf. Das ist so heftig eigentlich. Hast du? Ja. Nice. Das finde ich so krass, oder? Dass dieser Tag jetzt gekommen ist. Überhaupt einige haben es wahrscheinlich nicht mal gerechnet, dass sie bis ins Finale kommen. Ja. Ich glaube, die größte Überraschung für zwei Spieler ist wirklich Dreamsy und HD-Apfel. Ja, haben sie ja selbst gesagt, dass sie total überrascht sind. Apfel freut sich sogar schon richtig drauf, hat er geschrieben. Freut sich, um zu sterben, ja. Mal gucken, oder? Wir sterben jetzt gleich an irgendeiner dummen Falle. Oh nein. Oh, jetzt wieder hier rauskommen. Aber du, Enderpan läuft eigentlich auch voll gut bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe acht Enderpan. Ja, ich habe neun. Ja, also das ist schon... Also ich würde es jetzt nicht so schlimm finden, wenn wir jetzt keine Enderpan mehr bekommen. Ist das dein Wasser hier? Ich bauche mal so langsam gerade, baue ich mich, also irgendwie nach oben. Oh, leck. Ich finde jetzt gerade den Weg nicht mehr. Ah, hier ist halt echt kein Gold gerade, ne? So, wo geht es denn jetzt? Au! Wer hat mich abgeschossen? Ach, du hast sie da unten. Dunkel. Hi. Hi. Also ich bin der Assi. Ne, da, da unten ist der Assi. Achso. War das hier? Das, das, ne. Das war weiter hier hinten, wo wir hoch waren. Sicher? Boah. Danke, Skelet. Also hier auf jeden Fall nicht. Au! Bin wieder oben. Au! Irgendwie ist es so dunkel gerade. Ja, ne? Bist du da gezogen? Ich habe es gefunden. Wie sieht es denn mit Goldäpfel aus bei dir? Äh, habe ich sechs Stück und du? Neun. Ja, okay. Krass. Du hast neun? Ich habe neun. Ist ja heftig. Oder? Ich habe sogar zehn. Okay, wenn du mir noch ein paar abgibst, wäre cool. Ich glaube, wir brauchen dann gar nicht mal so viel zu machen. Ist ja krass. Was nehmen wir denn überhaupt auf? Ich brauche meine drei Level noch. Ja, ja. Wo hast du dich denn jetzt hochgegraben? Mit Wasser habe ich mich hochgebaut. Warte. Es kommt gleich Wasser runter wahrscheinlich. Ne, warte. Ich lasse dir einfach mal Wasser runter. Ja. So. Dann kannst du einfach hochgehen. Ach, da hinten. Ich bin ja vollkommen verkehrt. Nice. So, ja. Schon mal cool, dass die da was... Die wollten wahrscheinlich irgendeine Falle bauen. Wahrscheinlich Kitok. Ja. Und da hat es wahrscheinlich nicht bis zum Schluss geschafft. Aber wir werden uns aus sicherer Distanz erstmal ausloggen. Alleine, weil nachher noch eine Loot-Chest am Spawn kommt. Ach ja. Stimmt. Und also es kommt halt nochmal ein Unterstützungstrop einfach an den Spawn. Und wir haben halt gesagt, dass wir uns da fernhalten, damit die anderen noch ein bisschen mehr... Wohl mal angemerkt, theoretisch dürften wir diese Kiste auch nehmen. Ja, ja klar. Freiwillig haben wir uns da fern. Hast du dein Wasser wieder mitgenommen, oder? Ne, ne. Ich habe mir ein neues geholt. Okay. Also theoretisch dürften wir selber auch diese Loot-Chest nehmen. Wollen wir aber nicht. Genau, genau. Einfach um es uns ein bisschen schwieriger vielleicht zu machen. Hast du noch einen Ofen? Ne, ne? Äh, grad nicht dabei, nein. Müssten wir mal... Weil wir haben auch keinen Stein mehr. Hast du das Wasser einfach von ganz oben rauskommen lassen? Ja. Ja, dann kommst du direkt hoch. Du, ich glaube, ich werde einfach später nochmal ein bisschen Stein farmen. Irgendwie Material halt zum Bauen. Haben wir dich noch? Ne. Also auch nicht in den Kisten? Ne, ne, ich habe gerade geguckt. Also gut, in der anderen Kiste vielleicht noch. Ja, äh, äh, lassen wir das offen hier, ja, ne? Hä, wartet nicht, dass wir da selbst noch reinfangen in der Zeit. Ja, mit Valetix ist natürlich auch doof gelaufen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Kam das schon bei Dragonia News? Ne, ne? Ne, die Dragonia News habe ich noch nicht hingekriegt aufzunehmen. Deswegen werde ich das jetzt verallgemeinern nochmal. Mhm. Guck mal hier. So, dann geh ich mal gucken nach Fallen. Du hast einen Bogen getroffen. Warte, ich rieche mal kurz auf. Jaja, das war so ein Power-2-Bogen von einem Skelett. Achso. Finde ich aber krass, oder? Von einem Skelett Power-2. Ist so schlecht. So. Ich hoffe, hier hat keiner was mit Spinnenweben gemacht. Weil das ist ja richtig dreckig. Spinnenweben kannst du doch gar nicht draften. Ne, ne, so Fäden einfach. Guck mal hier, wie ich ihn bei Kito gesehen habe, da hat er jetzt ein riesen Loch hingemacht. Bei unseren alten Team-Chests. Weil hier war eine Falle drunter. Das hat er dann gedacht, gut, okay, weil wir das 10-T ja weggenommen haben. Gut, dann mach ich einfach ein Loch hin. Ist ja die Hölle, die ist auch eingefroren. Hüpp-Hölle. Aber das hat er komplett offen gelassen. Tatsächlich. Was hier für Löcher sind... Ich glaube, hier sind schon Fallen hochgegangen. So sieht das zumindest aus. Können wir einfach ein bisschen netherrack. Ich lass es mal rösser. Die Hölle ist einfach zu gebuchert. Lol. Ich glaube, ich habe eine Falle gefunden. Echt jetzt? Ja, warte mal Stormy. Warte mal Stormy. Geh mir vielleicht mal weg. Warte. Okay, warte was. Ich brauche das ab. Ja, ja, warte, warte. Ich brauche das ab. Warte. 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 Das hat nicht geklappt. Handcrafting-Table gibt doch auch gar kein Signal, oder? Weiß ich nicht. Ich habe gehört, das ist einfach ein Blog-Update. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Äh, ich, ich, äh, ja. Warte mal. Geh mal weg da. Nein, nein. Alter. So viel TNT, da können wir was machen. Holy shit. Ist da noch was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war so eine Schlucht. Das ist wieder dieselbe Schlucht, wo ich fast reingefallen wäre jetzt. Da unten, wo das Kondos-Stone ist. So Lava noch wieder, oder? Ne, einfach die Schlucht wieder. Aber jetzt, komm mal weg da. Warte, warte. Ich nehme auch Redstone mit. Ich wollte mal gucken, ob das Redstone jetzt überhaupt hier Signale gibt. Leg mal eins da unter. Ne. Hä? Hä? Was hat er sich denn dann dabei gedacht? Wer auch immer. Lol. Hä? Hä? Äh, cool. Seltsam. Okay, warte. Lass mal bitte noch gucken. Ja, weil hier könnte noch viel mehr jetzt sein. Aber vielleicht hat das einfach nicht geklopft. Wie der sich das vorgestellt hat. Das sieht hier fast so aus, als ob sich hier jemand ausloggen wollte. Wo denn? Siehst du meinen Arm? Warte. Ich seh dich grad nicht. Hier. Ah, da hinten. Achso. Okay, stimmt, ja. Aber das wär ein bisschen dumm, oder? Zum Ausloggen. Ich weiß nicht. Ich glaub, da geht keiner mehr davon aus, dass wir aufnehmen. Oder überhaupt, dass irgendjemand aufnimmt. Ja, genau. Ich glaub schon, dass die jetzt richtig Panik bekommen, wenn die jetzt liegen so, fuck, Alter, warum nehmen die nochmal auf? Einfach, um nochmal die Lage zu checken. Na. Hm. Ich werd jetzt aber tatsächlich nochmal in diese Falle, sag ich jetzt einfach mal, unter unsere Chefs gehen. Okay, wieso? Also was machst du da? Weil da unter Monster spawn. Achso. Aber warte mal kurz, wir können mal kurz den Test machen, ab wann man sich jetzt sieht. Bleib mal bitte stehen. Achso, ja warte mal, ich geh mal irgendwo weiter hoch. Okay. Äh, äh, ja. Ah, okay. Hier, okay. Passt du schonmal soweit? Nice. Ja, ist größer geworden. Jetzt bist du weg. So, aber komm, kann man noch fassen. Okay, das sollte reichen. Reicht meinst du? Das sollte reichen, oder? Aber du könntest was noch größer machen. Also wenn wir... Aber es hat schonmal geklappt, generell. Also wenn wir es noch größer machen, wär natürlich auch richtig cool, ne? Naja. Ach ja, ich bin generell, find ich so cool einfach, wie weit wir gekommen sind. Und dass jetzt heute das Finale ist, ist krass. Ich find's halt auch richtig cool, wie gut das alles lief. Ohne Witz. Möglich so. Ja, dann mach du mal auf jeden Fall deine Level. Ja, ich geh mal zurück auf Kohlen. Obwohl, wir haben noch Gold im Ofen, ne? Lass das mal drinnen, das hol ich gleich raus. Oh, Fail, sorry. Oh, hast du schon rausgeholt? Tut mir leid. Alles gut. Ja. So. Ich hab richtig die krasse Backup-Rüstung mittlerweile schon als vernünftig. Richtig? Protection 3, Protection 3. Und zwei unverzauberte aber trotzdem. So, mal gucken, ob sich auch jemand irgendwie außerhalb ein bisschen... Also hier spawnen halt gerade mal nichts. Ingebaut hat. Wir Einzelkämpfer werden euren Tod vorbereiten, schreibt grad HD-Apfel im Discord. Ja, ja, teamt plötzlich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wasserströmung! Ich seh schon kaum, wie du uns alle fokusten. Ich auch. Ohne Witz. Ich hoffe, dass sie sich echt ein bisschen weiter auseinander und dass sie sich vielleicht auch ein bisschen schon bei der Team... äh, bei der Loot-Chest abschlachten. Ja. Weil ich hab gehört, wie der Teamkamerad von HD-Apfel sagte in der einen Folge, wo er mal wieder mit aufgenommen hat. Ja. Äh, dass es für ihn ja vielleicht echt gut wäre, die Loot-Chests zu holen. Na klar, ich mein, das ist ja ein riesen Vorteil im Vergleich zu anderen dann. Ja. Hm, ich guck grad mal so ein bisschen, ob irgendwo hier ein Spot ist, ein bisschen weiter weg vom Spawn, wo sich jemand irgendwie hingebaut hat. Ja, ich glaub, ich hab was. Aber es kann auch einfach nur sowas Gebautes sein. Ja. Ähm. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich nochmal da hingehen, wo Valertix war. Mhm. Obwohl, warte mal. Äh, scheißscharf. Ne. Ne, ich weiß halt nicht. Ja, noch ein paar Hunde, wär wär zwar schon irgendwie cool. Achso. Ja. Ja, wär cool. Ich glaub, du solltest mal rausgehen, weil jetzt sind Zombies da. Ja, bin grade draußen. Okay. Ich lauf am Spawn rum. Sehr gut. Wir fehlen halt noch zwei Level. Ach echt? Oder anderthalb. Okay. Aber 25 ist schon echt so eine Hausnummer, ne? Ja, wirklich. Da fällt mir ein, ich sollte jetzt nicht unbedingt mit dem Schwert kämpfen. Ich meine, man weiß nie, wie das heute wird, ne? Ja, das stimmt. Was das für eine Schlacht wird heute. Aua. Aua. Aber mein Schwert ist eigentlich noch recht voll. Ach, ich spiel... Oh, das ist gut zu wissen. Ich spiel gar nicht mit meinem krassen Schwert die ganze Zeit. Ich spiel die ganze Zeit mit meinem Sharpness 2. Achso. Auch gut. Oh man, ey. Ich hab ja dennoch zur Not mein Looting Schwert. Ja, stimmt. Also besonders bei Endermans halt. Ja. Aber generell sind wir schon gut aufgestellt. Aber Endermans kannst du jetzt vergessen wegen dem Regen, oder? Ja, kannst du auch. Ne, wir sind schon echt gut dabei. Ja, was ist denn da hinten? Was heißt denn da hinten? In dem Berg ist ein Loch drin, ey. In dem Berg? Wo dann? Ähm. Wo bist du gerade? Bei dem Haus ungefähr. Genau auf der anderen Seite. Okay. Guck mal. Da ist so ein kleiner Loch im... Kleines Loch im Deck. Stimmt, stimmt, stimmt. Das wär halt auch ein guter Spot, um sich zu verstecken, so ein bisschen. Aber auch wiederum auffällig irgendwie. Ja, eben. Da um die Bäume herum leuchtet's zu seltsam. Hat jemand Fackeln hingestellt. Okay. Seltsam, seltsam. Das sieht man halt auch echt aus, als ob hier jemand drinnen war. Ich leg einfach auf den weißen Wollblock. Bist du da drauf? Ich seh den weißen Wollblock? Okay. Hehehe. 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 Oh man, ey. Ja, ist halt ein guter Spot. Wir sollten uns auch dann einen Spot suchen. Wo wir aus Distanzen schon beobachten können, ne? Ja. Sagt der Apfel, der hat sich irgendwo hochgebaut? Meinte er, aber... Ich mein, der kann auch plüffen und so. Wem sollte man hier schon vertrauen in diesem Projekt? Uns nicht. Ne, uns sowieso nicht. Ja, ich könnte auch überlegen, dass wir... Ich guck dann gleich mal. Für die zweite Folge dachte ich irgendwie eine Falle baue. Hehehe. Das wäre noch was Schönes. Wir haben jetzt ein bisschen CMT. Wie viel hast du denn jetzt? Ich guck mal in der Kiste ist das. Fünf Minuten noch. Wahrscheinlich fehlt mir dann Redstone. Hehehe. Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal runter. Ja, ich mein, Zeit haben wir ja wirklich genug. Ja, mit meiner Glücksspitzhacke, äh... Kriegen wir ja auch recht viel raus. Oh ja. Da brauchen wir nur einmal Redstone zu finden. Wie sieht das Level technisch aus? Dann machen wir, äh... Ja, fast voll das Level. Dann machen wir unser, ähm... Druckplatten vorhaben, ne? Jetzt kann man so sagen, die Folge kommt ja wahrscheinlich eh erst nach dem Finale. Ja. Also ich lade dir, die kommt ja heute schon, die Folge. Ja, ja. Aber wahrscheinlich erst nach dem Finale hoch, ne? Ja, ja. Würde ich sagen. Definitiv. Da habe ich nen Enderman gehört, aber der hat sicher gleich weggeportet. 14 TMT und ja, 7 Redstone. Hehehe. Alter, wie schlägt denn das Essen bitte weg? Geht doch finish eigentlich, oder? Also ich bin jetzt hier die ganze Zeit am rumrennen und äh... Muss schon wieder was essen. Klar. Und ich habe meine 27 Level. Nice. Sehr schön. Amboss ist geplantet. Oh shit. Ups. Und... Ein Sharp 5 Schwert ist geboren. Wuh! Yeah. Das ist das zweite im Projekt, oder? Ja. Und beide sind in einem Team. Ja. Ist fair aufgeteilt, finde ich. Ja, doch. Ich geh mal noch mal im Haus vorbeigucken. Ja, tut mir leid, dass heute dann mehr so ne chillige Folge wird, aber Leute, dafür ist das Finale so nah. Ja. Und wir haben wirklich so... Abschiedstour durchs Projekt quasi nochmal hier. Aqua Affinity. Ja, ja. Haus des Friedens. Für den Frieden groß hat die Apfel. Okay. Ja, die Folge habe ich gesehen, wie ihr das geplantet habt. Oh, da ist uns der Cobblestone drin. Dankeschön. Das kann man gut gebrauchen. Ist da noch mehr drinne? Hm? Ist da noch ein zweiter Stack drin? Ne. Schade. Hätte ich mitgenommen. Nehmen wir gleich die Redstone Chest mit. Könnte auch nochmal sowas aufbauen. So ganz billig. So schön nachgebracht. Oh, weißt du was ich mach? Was denn? So ein Schild und dann irgendwie draufschreiben District 4. Oh fuck, ich habe eine Enderperle verschwendet. Äh, District 4 oder sowas. Weißt du? Dass jemand denkt, dass das so ein Prototeam-Chest. Boah, das wäre aber schon hart mies. Ja. Sollte man auch noch verbieten, finde ich. Ja. Dass man nicht faken darf, sowas. Die District Chests, ja. Luchist. Na gut, die ist ja nie beschriftet, diese, ähm, Unterstützungskiste. Ich finde, Luchist darf man sie nennen. Oder? Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ey, die sind ja, wenn man schlau ist, die sind ja nicht, äh, ne? Einzel. Genau. Oder was meinst du? Alter! Ich bin grad am Inventar ausleeren. Lass mich ein rotes Scheiß-Skelett. Ah, haben wir noch ein Schild hier drin? Ja. Sehr gut. Ich mach sowas. Oh, das fällt mir auf. Hier ist wieder genug Gold drin. Für einen weiteren Gold-Apfel. Wie sieht's bei dir aus? Wie viel Gold-Apfel hast du? Zehn. Okay, ich hab jetzt acht. Also, falls wir keinen mehr bekommen, wäre es doch cool, wenn ich noch einen bekomme, damit wir gleich viel haben. Ja. Okay, Enderperler ist selber schuld, dass ich die jetzt verballert hab. Hier, 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 hier. Danke. Ja, neuen Gold-Apfel ist auch schon ziemlich nice. Ja, auf jeden Fall. Und wir werden, wenn wir hier welche killen sollten, dann kriegen wir ja von denen auch wieder wahrscheinlich welche. Ja. Soll ich mir noch schon eine Fackel, Leute? Da fackel ich gar nicht lange. Oh, oh, oh. Gott. Fließen hart. So, Spitzhak. Ja, ich würde tatsächlich mir gerne noch ein paar Blöcke farmen. Mhm. Ja, sollte man wirklich. Was will ich denn wegschmeißen? Davon nix mehr eigentlich. Deswegen gehe ich jetzt nach da drüben und hole mir einfach mal ein paar Blöcke. Okay. Ich werde hier auch wieder nochmal ein kleines Jump'n'Run bauen. Ja, dieser Spawn ist einfach schon so eine Trätmine geworden. Das ist so krass. Mit Blöcken und so, ne? Ja, ja. Und Löchern und... Voll heftig. Ja gut, viel war wahrscheinlich die Natur mit Creeper. Hier sieht's auch aus, als ob sich hier jemand eine ausgelockt hat. Ne, vielleicht ist es ja auch so. Weißt du ja nicht. Ohne Witz, ich mach ihm jetzt Angst. Ich setz jetzt einfach einen Block Wasser da rein. In dieses Loch, weißt du? Nice. Mal gucken. Also natürlich nur so auf Fußhöhe, dass er auch nicht ertrinken kann, ne? Oh! Alter! Du scheiß Creeper! Ich hab die Zündung nicht gehört. Loll, wie ist ein Pferd? Krass! Ich hab nie ein Pferd hier gesehen. Doch, einige hab ich bei anderen gesehen, ja. Okay. Na gut, dann war's das mit der Folge, Leute. Ach ja. Und übernächste Folge kommt das Finale, würd ich sagen, ne? Ja. Ach ja. Bam! Mann, das ging jetzt aber echt schnell rum. Ja, wirklich. Richtig krass, wie schnell. Aber Scharpf 5, wuh! Ja, immerhin. Immerhin voller Erfolg wieder. Richtig gut. Ah, ist doch schön, wenn keiner weiß es. Bis zum Finale. Alle denken, ich hab noch Scharpf 4. Naja. Auch jetzt nicht so schlimm. Ich mein, das ist beides schon kacke für die anderen. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, was, also, so laut aktuellen Stand, den wir hatten, ist, glaube ich, das Schwerste, was wir haben. Scharpf 3 schwer. Ja, was, aber, die haben auch schon viele Folgen jetzt aufgenommen, die letzten Tage. Also, die haben, da muss man echt sagen, die haben das echt genutzt, jetzt die letzten Tage. Ja, definitiv. Also, wir sind so, gestern Abend, so gegen 23 Uhr um und bei, sind wir aktuell gegangen. Ach ja. Schön. Krass. Na gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ciao. Ich habe ein Kostüm. Ich habe ein Kostüm. Ich habe ein Kostüm.